Die Besonderheiten hier in Köln sind mir auch bewusst aus dritter Hand, wohlgemerkt noch. Aber das ist auch etwas sehr Besonderes, das, glaube ich, vor allem die schönen Momente nochmal auf ein ganz neues Niveau trägt. Von daher freue ich mich auch da im Stadion hoffentlich schon ganz bald den ersten Sieg zu feiern. Und das ist natürlich auch etwas, was man einwegt bei so einer Entscheidung, weil das eben zu den Träumen, die man hat für sich selbst auch. Also als Fußballer möchte man ja etwas bewegen, etwas schaffen, wirklich auch schöne Momente gemeinsam feiern. Und dazu gehört natürlich auch diese Kultur drumherum, beziehungsweise die Kultur, die eigentlich den Verein ja auch ausmacht. Und da ist, glaube ich, Köln mit einer der Top-Vereine in der Bundesliga, wohlgemerkt. Und da ist, glaube ich, Köln mit einer der Top-Vereine in der Bundesliga, wohlgemerkt.